Neulich wurde ich gefragt, ob ich den Unterschied zwischen Prozess-KPIs und Prozess-Management-KPIs erklären könnte und vielleicht ein paar Praxistipps oder Beispiele in einem Video zeigen könnte. Na klar, sehr gerne, denn die richtigen KPIs sind zentraler Erfolgsfaktor für Ihre Prozess- oder Ihr Prozess-Management. Und darum geht es in diesem Video. Los geht's! Ich grüße Sie, mein Name ist Axel Schröder und ich beschäftige mich seit rund 25 Jahren mit der Optimierung von Unternehmen. Starten wir mit Prozess-KPIs, bevor ich im zweiten Teil des Videos näher auf Prozess-Management-KPIs eingehe. KPI ist die Abkürzung für Key Performance Indicator. Es geht also um zentrale Kennzahlen zur Messung der Prozessleistung und nicht um das Ganze klein-klein. Was sind solche zentralen Kennzahlen? Zunächst mal die Kennzahlen, die in Ihrer Prozess-Landkarte auf der obersten Ebene zu finden sind. Und von dort aus kann man sich dann top-down nach unten arbeiten, um die Gründe für bestimmte Messwerte eben zu finden. Aber zunächst mal geht es um die verdichteten Kennzahlen auf oberster Ebene. Die erste zentrale Kennzahl ist die Antwort auf wie viel oder wie oft. Wie oft wird der Prozess pro Zeiteinheit etwa am Tag, am Monat, im Jahr durchlaufen und wie viel Output kommt am Ende dabei raus? Um das zu verdeutlichen, vielleicht hier ein ganz klares Beispiel mal. Der Prozessablauf wird zweimal pro Monat gestartet. Damit wird der Prozess insgesamt 24 Mal im Jahr durchlaufen. Und bei jedem Abrechnungslauf, das ist hier das Beispiel eben, werden etwa 500 Rechnungen erstellt. Macht also 12.000 Rechnungen im Jahr. Mit der Unterscheidung von wie viel und wie oft sehen Sie deutliche Unterschiede von manueller Verarbeitung, bei der oft ein Prozessdurchlauf ein Stück von dem Ergebnis bringt und einer Stapelverarbeitung, bei der jeder Durchlauf mehrere Stücke Ergebnis bringt. Also wenn Sie manuell eine Rechnung erstellen, haben Sie es einmal durchlaufen und am Ende haben Sie eine Rechnung erstellt. Und bei diesem Stapelverarbeitung stellen Sie den Abrechnungslauf zum Beispiel ein in die EDV und wenn er durchlaufen ist, dann kommen eben 500 fertige Rechnungen hinten dabei raus. Weitere Beispiele für solche Stapelverarbeitung sind zum Beispiel Abfüllvorgänge, wo bei einem Durchlauf gleich mehrere Behältnisse befüllt werden. Oder in der Buchhaltung wäre Zahlungsdaten durch den Abruf von elektronischen Kontoauszügen im Stapel eingelesen und dann eben vielleicht schon maschinell zugeordnet oder eben halt bereitgestellt, dass der Mitarbeiter eben dann die Zuordnung manuell vornehmen kann. Aber das Einlesen der gesamten elektronischen Kontoauszüge ist dieser Stapelvorgang. Oder ein Serienbrief wird vorbereitet und dann im Stapel ausgedruckt und versendet. Und wenn ich auf das Thema Fehlerraten eingehe, ein bisschen später hier in dem Video, dann wird das Thema Stapelverarbeitung nochmal ganz, ganz wichtig werden. Deswegen war das jetzt hier der Hinweis an dieser Stelle. Die zweite zentrale Kennzahl für Prozesse ist die Durchlaufzeit. Sie beginnt mit dem Start des Prozesses und endet mit dem Abschluss des Prozesses. Und dazwischen tickt erbarmungslos die Uhr. Und es ist völlig gleichgültig, ob es gerade Pause, Feierabend oder Wochenende ist. Dazu auch wieder ein Baxes-Beispiel, um Ihnen das zu verdeutlichen. Der Herr Mayer beginnt am Freitag um 15 Uhr noch schnell mit den Vorbereitungen für einen neuen Flyer. Und um 16 Uhr geht er in sein verdientes Wochenende. Und am darauffolgenden Montag arbeitet er um 8.10 Uhr entsprechend weiter an diesem Flyer. Er schließt also diesen Prozess mit dem Abspeichern der erstellten Grafik am Montag um 16.30 Uhr ab. Die Durchlaufzeit beträgt damit 73,5 Stunden, nämlich vom Freitag, 15 Uhr, wo er angefangen hat, bis zum Montag um 16.30 Uhr, wo er die Grafiken gespeichert hat und damit fertig war. Hätte der Herr Mayer jetzt den Prozess erst am Montag um 8 Uhr gestartet und um 17.30 Uhr des gleichen Tages abgeschlossen, also vielleicht eine Stunde länger gemacht, aber dafür in einem Rutsch durchgearbeitet, hätte die Durchlaufzeit eben nur 9,5 Stunden betragen. Und Sie merken schon das Herumliegen eines angefangenen Vorgangs. Selbst wenn es das übliche Wochenende ist, wo er also ganz normal arbeitsfrei ist, kann die Durchlaufzeit einem ziemlich versauen. Und genau deshalb sollten Sie bei der Durchlaufzeit niemals mit Mittelwerten oder Durchschnitten arbeiten, sondern die Daten immer als Histogramm darstellen. Und dazu habe ich Ihnen auch ein Beispiel mitgebracht. Auf der X-Achse habe ich die Durchlaufzeit in Stunden und auf der Y-Achse die Anzahl der Vorgänge abgetragen. Da gibt es dann so eine Glockenverteilung immer, das ist ganz üblich. Und der Mittelwert in meinen Beispieldaten, jetzt sind einfach nur Beispiele gewesen, wären bei ungefähr 39 Stunden. Und die 39 Stunden sind jetzt in diesem Prozess sicherlich nicht das Problem. Das sind ja nicht mal zwei Tage, das ist alles ganz okay. Aber was man auch bei solchen Auswertungen immer wieder sieht, ist, dass es am Ende von dieser Glockenverteilung nochmal so einen kleinen Hubbel gibt. Und das sind dann die Fälle, die einem das Leben schwer machen. In dem Fall wären es jetzt 96 Stunden im Mittel. Das sind eben dann schon vier Tage eben, die der Vorgang braucht, bis er abgeschlossen ist. Das heißt, immer wenn man so ein Histogramm macht, dann würde man bei einem Mittelwert, wenn man den nur ermittelt, hinten diesen Hubbel, der dann Kundenbeschwerden ausmacht oder der einfach dann für Frust und Verärgernis sorgt, den würde man damit eigentlich kaschieren und gar nicht mehr sehen. Obwohl ja die Mehrzahl der Vorgänge hier eigentlich mit sehr guten Werten durchaus akzeptable Leistung hat. Und jetzt könnte man eben hergehen und sagen, ja, unsere Kunden erwarten gar nicht, dass es so ganz schnell geht. Also, wenn es jetzt hier eine Spezifikation drin wäre, das sei denn nicht kürzer als 20 Stunden, aber eben auch nicht entsprechend länger, als was es da vorne ist. Ich habe es jetzt nochmal mitgebracht, ich kann es kurz zeigen. Dann sähe das Ganze eben so aus. Man sagt eben, okay, es braucht jetzt nicht schneller sein als die 20 Stunden, aber es darf auch nicht länger dauern als 50. Und vor allem diese Problemfehle da hinten am hinteren Rand, die müssen wir schauen, dass wir sie eben entsprechend eliminieren können. Durch diese Spezifikation ändert sich die neue Durchlaufzeit im Mittel, also im Durchschnitt von 39 Stunden auf 38,4. Also ganz wenig hat sich nur, was den Durchschnitt angeht, verändert. Aber die Problemfälle, die haben wir aus dem Prozess damit eigentlich dann raus eliminieren können. Das sähe dann wie folgt aus. Das wäre jetzt die neue Prozessleistung eben mit den gewählten Spezifikationen, bei denen eben die Prozesse nicht schneller als 20 Stunden sein müssen, aber auch nicht länger dauern dürfen als die 50 Stunden. Und damit haben wir die durchschnittliche Durchlaufzeit nur kaum verändert, aber den Prozess ganz, ganz viel stabiler bekommen. Die dritte Kennzahl, die ich Ihnen für Ihre Prozesse ans Lehrherz lege, sind die Anzahl der Fehler. Und dabei wieder auch ein Praxishinweis, der sich wirklich bewährt hat. Wenn Sie nur binär messen, also fehlerhaft oder nicht fehlerhaft, dann haben Sie eben keine gute Möglichkeit für Verbesserungen. Das liegt einfach an der Statistik. Und sollten Sie auch nicht das Ergebnis als fehlerhaft oder fehlerfrei einteilen, sondern auch den Prozess selbst. Also dazu wieder ein Beispiel. Wenn ein Produkt verspäht ausgeliefert wird, also der Termin nicht eingehalten wird, dann ist das ein Prozessfehler. Sind wir uns darüber relativ einig. Jetzt könnten Sie ja sagen, Termin eingehalten, fehlerfrei, Termin gerissen, fehlerhaft. Diese Art der Messung ist binär. Und weil es eben nur zwei Werte gibt, 0 und 1, in meinem Beispiel fehlerhaft oder fehlerfrei. Statistisch sind binäre Werte immer problematisch, weil wenn Sie jetzt nochmal an das Histogramm denken, da hätten Sie ja nur zwei Säulen eingehalten, nicht eingehalten. Und diese Glockenkurve, dass man eben sieht, wie schlimm ist es tatsächlich oder wie oft wird irgendwas nicht eingehalten, das hat man damit eben nicht, weil es nur zwei Werte eben gibt. Also binäre Werte sind da schwierig und helfen einem wenig für die Verbesserung und für das echte Verständnis von dem Prozess. Versuchen Sie daher also zumindest diskrete Werte zu erhalten, also wenigstens ganzzahlige Werte, wenn es schon keine stetigen gibt, wie ein Messergebnis, also wenn es letztendlich unendlich viele Zwischenschritte geben könnte. Bei Temperatur zum Beispiel 38,7542 Grad. Das wäre ein Beispiel eben für einen stetigen Wert. Aber diskrete Werte sind also ganzzahlige Werte, wie mein Beispiel eben mit den Stunden. Im Fall der Termintreue könnten Sie jetzt wie folgt vorgehen. Jeder Tag Verzug nach dem festgelegten Termin ist ein Fehler. War die Lieferung für den 10.10. festgelegt und wird erst am 22.10. ausgeliefert, hat der Prozess zwölf Tage Verzug und damit zwölf Fehler. Das gleiche Vorgehen können Sie auch für Rückfragen, Nacharbeiten, Schleifen etc. in Ihrem Prozess anwenden. Also jede Schleife zurück zu dem Prozessschritt davor wäre zum Beispiel ein Fehler. Oder jede notwendige Rückfrage, weil irgendwas unklar war, wäre ein Fehler. Und damit eröffnet sich für Sie die Welt des Six Sigma, also statistische Prozessanalyse und Prozessverbesserung. Das fängt aber, wie gesagt, damit an zu verstehen, dass man eben nicht nur 0 und 1 hat oder fehlerhaft oder fehlerfrei, sondern tatsächlich anfängt eben mit ganzzahligen Werten zu arbeiten. Und jetzt zurück zum Thema Einzel- oder Stapelverarbeitung. Hier muss man im Fall von Fehl natürlich genau definieren, wie gezählt wird. Also das ist immer eine Sache, dass man es im Vorfeld festlegt, wie eben Fehler gezählt werden. Wenn ein Prozessdurchlauf mehrere Fehler gleichzeitig produzieren kann, ist das ganz besonders wichtig. Zum Beispiel in einer Abfüllanlage wird je Abfüllvorgang werden 10 Behältnisse mit dem falschen Volumen befüllt. Und zack, ein Prozessdurchlauf, 10 Fehler. Also Anzahl, Durchlaufzeit und Fehler sind elementare Prozess-KPIs, die Sie regelmäßig erheben und monitoren sollten. Und bevor ich jetzt im zweiten Teil des Videos auf das Thema KPIs zum Thema Prozessmanagement als solches noch eingehe, wäre doch so ein Kanal-Abo eine ganz feine Sache. Ich bekomme so einen kleinen Schulterklopfer für das Video und Sie verpassen vor allem keine neuen Videos zum Thema Prozess- und Lean-Management. Da haben wir also beide was davon. Also gerne Kanal jetzt abonnieren. Welche KPIs zum Prozessmanagement als Ganzes machen denn Sinn? Dazu brauchen wir erstmal eine klare Definition, damit es eben kein babylonisches Sprachgewirr gibt. Also eine Prozesslandkarte, ein BPNN-Modell, ein Organigramm oder was auch immer, wird im folgenden Video immer als Modell bezeichnet. Ich habe da auch wieder ein Beispiel mit dabei. Hier ist ein Ausstieg aus einer Prozesslandkarte letztendlich. Das blaue sind die Prozessschritte, das rote wären Inputs und Outputs. Und das weiße Stück Papier, das ist das Modell als solches. Das ist also das Modell, in dem Fall eine Prozesslandkarte. Die einzelnen Objekte drauf oder die Verbindungslinien, das sind die Objekte. Und so wird es auch im weiteren Video verwendet, Modelle und Objekte. Das gleiche gilt natürlich auch für die BPNN-Modelle. Das Blatt Papier wäre jetzt in dem Fall das Modell und die einzelnen Symbole drauf wären jetzt die Objekte. Und für die jeweiligen Typen machen natürlich unterschiedliche Kennzahlen Sinn. Starten wir mit der Prozesslandkarte. Da habe ich jetzt hier auch wieder als Beispiel, dass die meisten Prozessmanagement-Suiten ja mit einer Versionierung und Freigabe-Workflows arbeiten. Und deswegen wäre es für Modelle so eine ganz grundsätzlich geeignete Frage, wie viele Modelle haben denn eigentlich keine Nachfolger. Und damit gliedern wir das nach Modelltyp, zum Beispiel Prozesslandkarte oder BPNN-Modell. Und was will ich damit bezwecken? Dadurch, dass es eben keinen Versionsnachfolger gibt, zählen wir nur die letzte aktuelle Version des Modells. Und selbst wenn es noch im Entwurfstadium ist. Und jetzt zählen wir, wie viele Modelle ohne Nachfolger den Status freigegeben haben oder entgültig oder halt, dass die eben durch einen Workflow durchgelaufen sind und damit eine gewisse Reife erreicht haben. Damit erhalten wir eben durch das Verhältnis von den Freigegebenen zu allen anderen Modellen ein Verhältnis eben, wie viel und wie gut eigentlich modelliert wird. Das heißt, wenn wir jetzt ewig im Entwurfstadium von irgendwelchen Landkarten umeinanderschreiben, aber nie zu einem freigegebenen Status kommen, dann müssen wir einfach an der Methodik arbeiten des Modellierens. Weil man kann sie auch zu Tode modellieren. Und aus dem Verhältnis eben von Anzahl der Modelle zum Freigabestatus sieht man, ob an den Modellen tatsächlich was weitergeht. Oder ob es jemals auch zu einer Freigabe durch die Vorgesetzten oder die Prozessverantwortlichen kommt. Also ich kann Ihnen versprechen, dieses Verhältnis hat bei vielen schon wirklich echt Augen geöffnet. Haben die Modelle einen Verantwortlichen? Das wäre die nächste Frage. Oder sind die Modelle ihrerseits referenziert? Also gibt es einen Kontext zu diesen Modellen oder sind sie verwaist? Und es gibt eben keine Links von anderen Modellen eben auf die entsprechenden bearbeiteten Modelle. Auch das ist so ein Thema, das die immer in einen Kontext rein müssen. Das sind Beispiele für Kennzahlen auf Modellebene. Und für Prozessobjekte würde ich folgende Daten erheben. Haben die Prozessobjekte einen Prozessverantwortlichen? Haben die Prozessobjekte eine Referenz? Also gelangt man auf eine tiefere Ebene, wenn man draufklickt? Das kann eine weitere Prozesslandkarte sein. Es kann aber auch als letzte Ebene ein BPMN-Modell sein. Und haben die Prozessobjekte einen Input und einen Output? Haben die Prozessobjekte Ziele und Kennzahlen? Und jetzt merken Sie, warum ein BPM-Tool mit einem Repository, also einer Datenbank, so viel leistungsstärker ist als jedes Malwerkzeug wie MS Visio oder PowerPoint. Zum Thema Prozess-Repository habe ich hier nochmal ein Hintergrundvideo auch gemacht. Können Sie mal mit reinschauen, wem das noch nicht so ganz geläufig sein sollte. Die Auswertungen setzt man immer ins Verhältnis zur Gesamtanzahl und des Ziels sollte eine 100% Vollständigkeit sein. Also 15 von 25 Prozessobjekten haben einen gepflegten Prozessverantwortlichen, macht eine Vollständigkeit von 60%. Und so können Sie auch für das Prozessmanagement als Ganzes an sich Ziele setzen. Zum Beispiel im nächsten Jahr werden die Prozessverantwortlichen auf 100% Vollständigkeit ausgebaut. Es ist ja nicht damit getan, dass Sie es Personen da einfach nur zuordnen. Meistens muss ja noch dann intern die Diskussion geführt werden, wer macht es denn? Wer übernimmt denn die Verantwortung? Und was sind die Rechte und Pflichten eben von so den Prozessverantwortlichen? Und natürlich sollten Sie diese Kennzahlen nicht jeden Monat händisch abzählen, sondern über eine Schnittstelle auslesen und in einem guten Dashboard übersichtlich darstellen. Und so können Sie auch sehr gut den Fortschritt über das Prozessmanagement als Ganzes wirklich monitoren und nachverfolgen und sehen, wo Sie da eben entsprechend stehen. Jetzt mal Hand aufs Herz. Nutzen Sie Kennzahlen sowohl für die Messung der Leistungsfähigkeit Ihrer Prozesse wie auch als Fortschrittskontrolle für das gesamte Prozessmanagement? Was läuft gut oder was fällt Ihnen dabei schwer? Schreiben Sie es mir doch bitte gerne in die Kommentare. Dann kann ich das Thema weiter vertiefen und aufgreifen und ich freue mich da auf eine spannende Diskussion mit Ihnen. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichst, Ihr Axel Schröder.